Hallo und herzlich willkommen zu TTT mit den Cybermobber LP, mit den Rob, Rob, Mr. Vanva, Beepa, Navoka, Bubbleklicks, Flori1998. Du kannst auch einfach Flori sagen, aber hi. Hi Flori, hi. Hallo Flori, willkommen in der Selbsthilfegruppe. Sie sind jetzt auserwählt worden, bei uns eingewiesen zu sein. Ganz nein. Willkommen bei den anonymen Alkoholikern. Bei den anonymen Alkoholikern. Alkonymen Alkoholikern. Sie haben einen Flori-Dater. Aber diese sterbenden Menschen. Schrecklich, ne? Guck mal, das soll so sein. Ja, Navoka, lass uns zusammen reinspringen. Spring rein, spring rein. Nein, nicht schubsen, nicht schubsen. Hallo, guten Tag. Willkommen in den Boot. Töte mich nicht. Nein, Töte mich nicht. Kein Problem, sie sind nicht mein Target. Ich stoppe mal eben. Vielen Dank. Jetzt können wir weiterfahren. Ich bleibe auch im hinteren Teil des Boots, dann sind wir uns... Navoka? Ja. Das drückt nicht mal an. Kann mich nicht bewegen. Ah, jetzt. Oh, sind sie alle, sind sie. Ja, ich bin auf der Seite. Damit wir nicht kippen. Werdenfalle. Also, so schwer bin ich nicht dafür umkippen, wenn ich auf der einen Seite bin. Ah, das... Ah, das Boot hält nur 10.000 Tonnen aus. Wir haben es geschafft, wir leben noch. Ja, okay, dann ist es gerade so. Nee. Das wollte ich immer noch nicht. Säurobot ist im Wasser und weg. Bring uns den Fenster. Navoka geht schwimmen. Ja. Ich bin geflohen. Ich bin vom Säurebad weggeflogen. Ach, ich bin hier ein paar Mal runtergeflogen. Ich bin hier ein paar Mal runtergeflogen. Okay, das glaub ich nicht. Ich hab eben wieder das Gefühl, wir fahren... Ach ne, wir fahren wieder um die Kurve. Hallo, Dete. Ich steh hinter dir. Guten Tag, Navoka. Flori. Flori. Bist du gerade am Pinkeln? Ich hab echt... Also, Navoka hast du nicht mehr eine Waffe, oder? Du hast gerade aber zur Wand gestellt. Du hast nicht mehr eine Waffe, kann das sein? Nee. Ich war gerade am Einkaufen. Oh, zählst uns nicht gefährlich. Du hast das auch von jemand anderem. So. Und pinkelt nicht in den Boden einfach gegen die Wände. Boah, du hast gerade einen Schwerzang getröltet. Also, bitte. Ich krieg das schon mit. Leute, ich hab keine Waffe und ich bin allein mit Vanva und Snay. Ich schaue irgendwie, dass weder Snay noch Navo noch ich hier sein. Ja, ich glaub auch. Ich glaub eigentlich sind wir alle in Ordnung. Kein Krötting. Ich ziel auf das Schiff. Ich bin nicht in Ordnung. Ich bin nicht in Ordnung. Die sind zähl. Navoka bleibt hier. Es geht in der Fahrt. Ich will da hoch. Ja. Wir sind die einzigsten Endo. Komm da hoch. Komm da hoch. Ich komm da hoch. Ja, ich glaub auch. Ohaha. Panzerglas. Warte, ist hier überhaupt Glas? Oh, hier ist gar kein Glas. Da startet Glas. Ah, nein. Das Glas ist, glaub ich, gut. Ah, oh Gott, nein. Das Glas ist, glaub ich, gut. Nein. Mit Glas. Ja. Gegen Schieb, da passiert nix. Ich beobachte nur. Wo ist Wubli? Ich beobachte die Ziele. Ich bin nicht da. Die Ziele? Das ist gut. Deine Ziele? Ja. Ja. Ach, das macht dich mal. Ja. 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 Ich bin ein Kapital, wo es ist. Der veranstaltete Meister gebracht. Ich bete dich an. Darf ich das machen? Hm. Das ist nur noch keiner tot, weil ich keine Waffen habe. Komm hoch. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Ohlala. 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 Der nächste Teil muss ich dabei ducken. Ich schaffte es nicht. Du bist schwierig. Das ist echt nicht von Pieter Mieter oder weh. Nein. Nein, nein. Wirklich. Ich kann nur nachmachen. Robly will mich umbringen. Ich bin proven. Robly hat einen Traitor getötet. Okay. Dann habe ich keine Angst. Ich aber. Ich habe keine Waffe, also kann ich niemand töten. Ich zeige dir, wo du eine Waffe findest, aber nicht hier. Naja, du hast ein anderes. Oh, Robly ist hier. Hier kommt ein Dete um die Ecke. Hey, da runter. Hey. Hi Dete. Hey, Dete. Hey, Dete. Hey, Repa traf ein. Blori, ich verdreue dem Repa nicht so ganz. Du, und jetzt einfach zwischen den Container machen, glaube ich. Willst du ihn mal abschießen? Ja, unten im Schüssel. Ja, unten im Schüssel. Ja, unten im Schüssel. Ich weiß, wo du ihn aus willst. Womit? Nein, ich werde keine Minus-Kammer einfahren. Nein. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Überhaupt nicht. Vor allem hast du auch nicht 817 Kammer vor der Aufnahme schon gemacht. Das kam von hinten. Das kam von da. Das bleibt unter uns. Florian, in der Richtung bin ich angeschossen worden. Von da oben. Hier ist nur Robly und ich. Ja, das war eine Silence da rein. Nein, die andere Richtung. Ach, die andere. Also, das ist Heck. Heck oder, ähm, Bug? Heck oder Bug? Das ist die Frage. Da, wo der Detective Herr kam. Also von Reaper. Liegt das Hockty hier oben auf den Containern? Sehr verdächtig, nicht das? Ja, sehr verdächtig. Da oben ist er auch eine Waffe mit, äh, Visier. Ja, das war eh. Oh ja. Ich such gerade. Creeper auf ihn schießt so schön, er schießt so schön wieder. Happy Table of Cessness. Das heißt? Oh, hier oben. Hello. Hallo. Jo, wir haben einen Silence da rein. Stürb! Ha 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 ha. Ich hab den ganzen Tag gewartet, man sich zu da. Oh, ich hab mich einmal trifft. Feuer hab ich nicht geschossen. Ha 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 ha. Also Leute, ich will nicht nur sagen, aber der Leut. Stake, was ist denn da rum? Nein. Und der hat sich nicht umgebracht in Not. Ich will nur sagen, er läuft zwischen euch. ich werde gerade Plasma werfen aber ich habe nicht von dir ja nur mit einem großen Tag das war ein Problem alter das war eine Rucker ich möchte sich mal gut oder es war ja dann richtig gut dass ich für euch im Boot war ich fühle mich wohl weil er auch immer um die Ecke kommen muss der Herr ist der Leitfaktor gerade ein Level an der Welt aber auch damit du das ist nicht doch nicht nur weg ich darf aber stehen okay genau einfach stehen wo wir einfach stehen okay ich bin ich nie wieder gleich okay wer fährt mit das Boot das geht so nicht Prozent was doch ein Prozent Boots jung ja die Stütz schwimmt einfach mal kann rüber geht auf jeden Fall klar es ist bei unsere in der Nähe wie die einfach in der Hand aufklären wie die einfach in der Hand aufklären ich komme Kapitän du kommst nicht hoch doch das geht ist sie unterhaltsam wer ist denn da vorne drin im Boot? Nein Reaper und Snail das ist auch nicht Reaper das ist auch nicht das ist auch nicht nein Niklas ja so jetzt sehen wir jetzt auch mein Target Triebana bitte nicht stören nein Reaper ist diesmal Kapitän ach Gott ähm getötet durch einen sauberen Headshot da liegt eine Leiche welche Waffe? ah ja ich komme mit was für einer Waffe? äh normale Sniper Rifle ja gut da ich nicht durch Fenster schießen kann geht das bei mir schon mal nicht äh Niklas ist da oben mit einer Sniper auch bei mir geht das und du hast aber keine normale Rifle vielleicht ist das die neue T-Waffe ah Niklas schießt da auf mich wo ist denn der wo ist denn der hab ihn die ganze Zeit noch hinterher darauf gewartet dass er schießt hab ihn schon verdächtigt er strait er geht wie ist denn der Haste? wie ist denn der Haste? wie ist denn der Haste? dass ich es leicht gemacht habe wo ist denn der Haste? wo ist denn der Haste? wie ist denn der Haste? gut na wo kannst du aufkommen? Niklas liegt oben ganz ganz oben ohhhh la 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 ир призeter das Naist Ich bin nicht alle toll, wie ihr denkt. Snape muss aufpassen, du übersteuerst Wobtang ganz gerne. Wir werfen Flurier und dann halt zum Fraß vor. Wenn ich da oben bin, ist es Snape. Kommst du da oben? Wenn du tot bist, ist das der da oben rumsteckt. Siehst du das? Da ist ein Eisnäher. Niklas Leiche. Wo liegt ihr denn? Achso, da ganz oben. Wo du ihn umgebracht hast, ja. Einfach außen am Terminal. Ich seh'n an Rubli. Du sollst zu mir hochkommen. I am seeing a Rubli. Sag mal, wer hat denn den Flurier runtergeworfen? I am seeing a Rubli. Detektiv nicht, dass du zu ihm kommst. Was möchte ich Detektiv jetzt? Du passt auf. Cyber, hau ab. Pass auf, dass niemand die Leiche sich holt. Nein, 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 nein. Ihr könnt die vom Wasser werfen. Ich zieh' noch auf den Kopf. Bedenke, was du tust. Nein, du kriegst keine Haltung, geh weg. Du bist noch hässlich. Bin aber auf 91. 10, 9, 8. 1,9, 50 groß bist du. Ich pass auf die Leiche auf, ja. Ich dachte, wenn Rose weg ist. Nein. Ist wieder an Bord. Du bist voll doll. Aber Weeper ist immer noch. Ich komm hier grad mit dem Schiff angefahren. Naja, hast du vom Schiff hier hochgegangen? Ich war die ganze Zeit im Schiff drin. Hi. Was geht ab? Ah. Ah. Liegt der da gut? Ja, ne? Ah. Gab's nichts früher auf Windows 890? Ja, ich hab das Geräusch. Ganz wegwerfen. Warte. Was für Klang ist? Du dumm. Du dumm. Du dumm. Was? So. Da liegt noch ein Toter am Wasser. Ah, Floris, das stimmt. Der ist ja schon tot. Ich habe Flori was für Begräbnis gemacht. Sehr gut. So nett bin ich. Ich hab ihn dann Heiden zum Fraßbord geworfen. Sag mal's so. Ist das ein Starduell zwischen euch? Ich bin der Rhein-Contest. Du nicht. Geht in dran. Zwei. Eins. So. Früli. Du bist der Rhein-Contest. Kann man da hoch? Ne, da kann man nicht hoch. Okay, schau mal. Ich glaub zwei Trader ist bei der Menge an Leuten echt mies. Das ist schon immer gestern einen Schritt nach vorne. Was ist mies? Zwei Trader bei der Menge an Leuten ist schon ein bisschen hart, finde ich. Ach, es geht bei der Menge. Drei wäre schlimm. Guck mal, ich hab voll dein linkes Auge gesehen. Guck mal, ich seh dich. 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 Nein, ich seh dich. Nein. Floris, schau dich mal ein bisschen um. Ah. Okay, war's doch nicht scheiße. Mach. Oh, hier liegt der Boni. Hallo, Dete. Ich hab den Inno getötet. Der war es nicht. Das ist jetzt nicht so das Prestige-Objekt beim Dete. spricht nicht so wirklich für dich ich renne ja schon zum Opfer hin wenn ich den Weg finde Flori ist wiederbelebt und ja blöde Frage er liegt da eine infizierte Leiche da oben auf dem Container frag ihn doch mal ob er weiß wer der T ist weißt du wenn er jetzt ein R schreibt dann ist es nicht richtig au Herr Dete Frau Dete sorry dürfte ich bitte Heilung haben ich habe 51 Leben nein warum nicht du kriegst nichts warum ich bin doch so ganz brav nö bitte 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 ey Dete können sie noch ein hier ein Dings kaufen hier so Defi nein Defi kaufen für den hier reiß den mir runter danke äh hier liegt eine Leiche im Wasser äh hier ist noch ein toter Robli oh ja ich habe mich schon gewundert warum geht denn der Haftemodus nicht so schnell ach perfekt komm Snail wir gehen jetzt Käpt'n spüren ach wer könnte es sein ach das ist schwer oh Niklas wurde wiederbelebt das sagt mir äh das sagt mir äh warte mal Niklas nicht im Wasser ja der lag im Wasser da wo Robli tot ist äh Niklas der hat aber nur Robli gleich gefunden Niklas darf übrigens auch wieder reden falls er will also ich hab Gruppen getrunken aber also ich hab Gruppen getrunken aber Snail demoliert hier gerade das äh die 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 den Führerbunker also ich war grad im Wasser bei mir war nur eine Leiche da den 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 Führerbunker hast du so also ja ja hier oben wird alles demoliert so also ich hab Niklas ich hab Niklas oh also ich hab Niklas erschossen ok du musst doch irgendwas sagen wenn du da jemanden abknallst hab ich doch gesagt das kam nicht früh genug so wir hatten paar Genies hier alle wisst du das eigentlich ok wir töten Cyberbot was ja darf ich ihn darf ich ihn Grund haben eigentlich Cyberbot wo ist ein Cyberbot wo wo ähm ja soll ich doch töten DANG DANG da war ein Disguice doch Cyberbot danke dass du mich wieder gelegt hast dummerweise war dein Bung war bei der Treppe nichts mal dass ich niemanden aufs Dach rauf wenn ich jemand beschützen soll ALTER Bung games will nicht werden wieder überliebt zu werden ALTER MACHT YEAHH ich bin der lebende Überlebende der lebende Überlebende der lebende Überlebende ja also ganz ehrlich Niklas an dich verschwende ich nie wie nen Credit wegen dem Defi ohne Witz das bringt euch noch weniger als wenn ich weißer ohne Witz man hehehe Cyberbot wie die ganze Zeit Heilung erschleichen ich bin fast tot heimlich war kann ich euch alle viel besser töten heimlich war Nächstes Mal Nächstes Mal kaufe ich mir EISGALTEN JUGGARNOCK hinter dir Rubli hinter dir kaufe ich mir EISGALTEN JUGGARNOCK EISGALT boah hier ist ne Waffe ich hab ja gar keine Ahnung ist damit strange doch besser als wenn du keine hättest hier gibt's noch random Waffen so ich bin Enno ja ich auch ich auch ich bin ich EISGALTEN JUGGARNOCK T N E C O N N I hatten wir das nicht schonmal dass die Leute innocent rückwärts konnten aber traiter nicht ja R O T O I A R T SNCK Das macht ne fein D V G I C C E E E T E E D A V D D E E M G H ja ich wolltajagen äh des eisgALTEN interfies lightieren radas aufjedenfall D mashach demессllo alles gut dann habe ich das rückwärtsbuchstabiert was bei mir da unten links steht kann ichjos für Sí Können wir das einfache er ist anders Töte die innen er ist auch noch mal als target wer ist eigentlich der jetzt? der reaper achso der Buchstabiert Detektiv rückwärts und trotzdem fragt er so ich hab nicht zugehört als der Buchstabiert hat egal, das haben ja einige vielleicht hau ich ja überlegen was das soll aber ich hab nicht nachgedacht hä? wer ist das Bote einkaufen? wer ist das Bote einkaufen? ich chill hier achso, Weepar soll einkaufen du! ich kenne hier genau siehst du mich wahnsinnig? ja natürlich seh ich dich ach Stalker nein meine Maus ist in der Halle verdammt Deta sie sind ja Stalker sehr großer Stalker wissen sie das eigentlich dreh dich lieber mal um ich hab irgendwie das Gefühl Weepar steht schon ein bisschen wie auf dem Präsentierteller wer hat Deta hier reingelassen wer hat Deta hier reingelassen? ja gut das könnte sein Weepar hat ein Fade dann steht er immer so aussichtlich nein ne schießt auf mich oh ja jede gute Party brot Blut darf ich ihn töten? der hat mich auf 30 Leben runter geschossen darf ich ihn töten? dann ja würde ich sagen Robly warum töten wir rum? ey 30 live Deta ich bin bei Robly ach du bist badly wounded du lebst doch noch ich sterbe es Niklas schuld trotzdem möchte ich ihn wirklich revanchieren dass du wenigstens auch im Bentley war unten bist jetzt ist er geschossen nein das ist ja nicht was ist denn jetzt? der davon schreckt hau ab Snail komm nie wieder wenn du noch mehr hier schießt einer mit einer Winchester hörte mal auf Snail hat auf mich geschossen Niklas war das ein Beben schon wieder Robly was hast du denn da oben für ne merkwürdige Sniper? ja das ist ne AUG tatsächlich ja das war doch gerade was anderes ne das ist ne AUG das ist mein Anarmd das ist mein Magnetostick und das ist mein Holsterd ich soll was anderes sehen Hau da raus geh mal kurz gemeinsam auf die Flette dann zeig dir was ich hab bei NE AAU NE AAU NE AAU NE AAU ich bin in deiner Nähe du ich hab doch gar nicht gesehen du hast doch nie geschossen hast NE AAU ich hör ne Bombe am Heck der Schiffe du brauchst ne neue Brille Alles schön in die Mitte. Ist das das Heck? Ach, keine Ahnung, ich meine Bomber. Flori! Alter, der hat die gerade gespringt, ne? Ja, Flori, nein. Alter. Bin ich nicht. Wann war Lauf? Lauf, wann war Lauf? Warum bist du das nicht? Weil ich es nicht bin. Weil ich das zu viel nicht gelegt habe. Stand ja nur gerade unten links, ne? Stand ja nur gerade, Flori, du ganz schlechtes Tanzen. Flori, der Treter. Der Treter war auch noch. Der Treter, der Treter. Beste das ein zweiter Alter? Ich glaube, das ist ne, der zweite. Ich habe nur einen Verdacht. Verdacht auf Zahlwort. Diese Schlange. Ich sehe Niklas. Jetzt geht es los. wie eine schlange das heute rauskommen da kann ich den überhaufe meine fritzel und ich probiere mit der sniper liefern vielleicht das was wir was liefern ich bleibe bei meiner auto ist gut ich kann mich nicht überbringen hier so dass er hat die schiff auch praktisch 4 da hat er nicht auch das doch nicht das ist der zweite wir sind immer hinter dem kugelsicheren glas er könnte ich nicht alle mal kann mich nicht abknallen könnte ich nicht abknall ich werde so gut gegen das könnte ich nicht umbringen stattdurch bin und tödbar ich glaube nicht das ist weiter immer noch immer noch nur jahr das wird man auch weiterhin Niklas, was machst du da? Du ziehst ja... Cyberbot, schwöre mir auf dein Leben, dass du inne bist, dann schieß ich jetzt nichts. Ich bin inne! Ich schwöre auf mein Leben, ich hab 30 live! Okay, das schießt halt nichts mir gleich ab, soweit ich das sehe. Ich sehe ihn, soll ich schießen? Ich sehe ihn! Weiß ich nicht, es ist jetzt random, aber wir sind ja bloß noch zu zweit. Also im Prinzip... Töte kann ich dich ja danach immer noch, wenn du fast tot bist, das ist ja kein Ding. Oh shit, du bist tot, verdammt! Ich gehe hier nicht runter, hier fühle ich mich sicher. Bam! Was hast du mich so umgebracht, hörst du? Die Fug, die sich mal wieder ein Fate gekauft hat. Na natürlich, wenn ein Reaper-Drafalger... Hast du dir alles gemerkt, dass ich dich grauen habe? Wenn ein Reaper-Drafalger shoppt, dann weiß ich auch, dass er ein Fate gekauft hat. Ich fand das gerade echt lustig. Wie er zu Tode gefistet wurde. Wusst du was? Ich glaube, ich weiß, dass er zu Tode auf meiner Abschlussliste steht. Ohhhh! Ohhhh! Also das Erste, was ich liebte, ist ja nämlich tot bei einer von Nao gefistet. Ich dachte mir so, was? Was? Okay, ab morgen dann Anatomie-Unterricht, okay? Ja, Analytics oder was? Analy... 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 Das ist voll mies! Ich hab eine! Ich bin schön! Ich hab ne Waffe! Am... Ich bin schön, weil du ne Waffe hast! Also ich hab ne Duble-Barrell, aber du... ja! Duplo hast du? Ne Duble-Barrell hab ich ja... Ne Duble-Barrell, aber die hat zu wenig Muni! Ich hab Bock auf Duplo! Boah, jetzt ein Duplo, ne? Lego Duplo! Boah, eher ein Snickers, würd ich sagen! Na! Ich mag ja jetzt Twix! Twix ist auch geil, aber Snickers ist noch so das Beste, find ich! Verdammt schlechtes Product Plays wird meinst du wohl, du! Ah, Mars konnte nicht so viel zahlen! Weiß, Mars hat nicht so viel gezahlt! Ja, Mars hat echt zu wenig bezahlt, vor allem weil es ja auch nicht die gleiche Firma ist, ne? Die hat nicht genug Geld, die verkaufen sich zu schlecht! Diese Treppen hier, Alter! Aber Snickers Eis ist geil! Oh ja, das auch! Ja, stimmt! Das ist auch richtig geil! Das inhalier ich dir! Möchte er helfen? So, jetzt brauch ich nur noch nen Antrieb! Warte, ich such dir, ich halte dir aber suchen! Ich bin so nett zufrieden! Gibt nen Antrieb! Hä? Hä? Mensch, du könnt fliegen, ja! Krass! Boah, ich hab nen Sprungbrett gefunden! Besser als nichts! Ich glaub ja! Wer jemals steuert uns, melde dich zu... Bitte melde dich jetzt! Ich glaube! Jetzt! Ja, ne Tastatur könnte funktionieren, ja! Oh, na wo, kack mal nach oben! Ich hab ne Tastatur! Ich hab ne Tastatur! Hab ich hier aus! Ja! Hallo! Hallo! Das klang gerade so'n bisschen wie die eine Schildkröte aus, ASDF! Oh ja, Alter! Ey, du bist so schlapp, oder? Ah! Die Schildkröte... Äh... Der fliegt davon! Oh, hier wird einer gemessert! Ja, hier wird einer gemessert! Ja, hier wird einer gemessert! Ja, hier wird einer gemessert! Wie auch immer das heißt hier! Ähm, ja, warte, ich verfolge ihn! Die müsste umfallen, die, ne? So! Ich glaub, das geht nicht, aber das... Warte, hier! Ja, ja, ich hab, ich hab die Leiche schon confirmed, aber... Was war das grad, ne? Chloe? Ich... Wo sind die Schlecken? Ich hab nur ne Piste, ich bin harmlos! Ich such mal was drin, ne? Der muss irgendwo oben sein! Ich such mal was anderes, weißt du, ne? Ja, Rob... Robli ist hier! Robli hast du gemessert? Nein! Das könntest... Also Robli könntest du das sein, weil Robli messert mal gerne, du, ne? Ich weiß nicht, eigentlich würde ich schon gerne jetzt Robli abschießen! Einer war... Hey, hey! Der Mörder von Niklas war am Boot! Also... Ey, Rebub ist schon... Der Mörder von Niklas ist hier hinten! Unten ist er... Ich habe einen Anf... Ich habe einen Anf... Oh, wie ist... Das war Robli! Das war Robli! 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 Hier müsste der Mörder sein, laut DNA! Robli und Flori! Ja, Robli und Flori! Robli und Flori anscheinend... Das passt auch so vom... Wenn der... MÄH! Ja! So, ne, 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 ne! Ich hab nur so ne Kackwaffe! Reaper, ich hatte die Scheiße auch ausgeregt! Hättest du mal gute kaufen können, ich hab auch ne Diegel im Shop gekauft! Reaper, ich hatte den PC gefunden, der ging natürlich hier drunter! Ja, aber ich kauf doch keine Waffen im Traitor Shop! Hätt ich gar einmal keine aufgeben können! Du hättest keine Waffen im Traitor Shop! Was wirst du das machen? Wenn du so ne Kackwaffe gemacht hast, ist das ja auch scheiße! Dann hast du ja kein... Kein Dings... Ah, einer Winchester! Ich hab ne Diegel! Ich bin in der Diegel! Ich bin in der Diegel gespawnd! Yay! Oh, ich auch! Hauptsache niemand hat eine! Scheiße! Haust du wohl ab? Ne! Ich habe eine, was? Ne! Ich habe eine! Das könnte die letzte Runde werden, wenn sie ein bisschen länger ist! Mal gucken! Du hast jetzt gerade meine Flache hier weggenommen! Ich war's nicht! Ich hab ne Diegel in der Hand, aber ich hab sie dir nicht weggenommen! Ich hab auch ne Diegel in der Hand, aber ich hab sie dir nicht weggenommen! Ich hab ne Diegel in der Hand und ich hab's dir hundertprozentig weggenommen! Ich bin Detektiv! Ich hab ne Waffe! Yay! Ich weiß nicht, ob ich dir trauen kann! Du bist die, du brauchst selbst die Diegel in der Hand! Ja! Danke! Reba, ich hab dir ne Diegel weggenommen! Das mach ich immer so gerne! Nein! Möchtest du die hier haben? So wach dir so die Menschen! Ja! Reba, ich hab dir doch ne Diegel! Reba, ganz unten im Schiff, Diegel! Ich glaube, auf der gerade bin ich mit einer Winchester doch besser bedient! Ich ziele nur! Damit ich besser sehen kann, wer es da! Oh, ganz unten im Schiff! Ganz unten im Schiff! Ganz unten bei der Treppe! Ja! Einen Schuss mal bitte abgeben! Oh, hier ist jemand! Ich hab jemanden sterben gehört! Vielleicht hat das auch jemand abgeahmt! Rob, das war jetzt nicht ich! Ja, ich glaub's dir! Du hast ja in die Luft geschossen! Stand neben dir! Alles okay! Wie das? Irgendwo unten! Ich glaub ich hab dir jemanden aus dem mit der Tür erschlagen! Jawohl! Wann war's? Ich bin durch die Tür gegangen, hab ihn glaub ich, dadurch ist er glaub ich gestorben! Es tut mir leid, Wann war! Ich glaub Rima hat jemanden in der Hand! Ich glaub Rima hat jemanden in der Hand! Ich glaub Rima hat jemanden in der Hand! Was? Ey! Nicht mit der Shotgun direkt von meiner Nacht! Aber bist du hier an der Wache vorbei gelaufen! Geh woanders hin, Snape! Das ist mein Platz! An welcher Waffe? Komm noch mal hier zurück bei den Autos und so! Nee! Ich trau dir nicht! Ich trau Snape auch nicht mit seiner Pump Shotgun! Ja! Dann heb die mal auf! Dann müsst ihr sehen, dass da keine Munition drin ist! Ja, aber ihr seid nicht mein Target! Was soll ich jetzt machen? Einer von uns ist dein Target, glaub ich, sonst wärst du nicht hier! Ja! Eben! Ich glaub trotzdem, dass Reaper ist los! Aua! Ich hab immer nur noch McGinsey! Glaub dir nicht! Kannst du mal mein Target suchen, Flori? Wer ist das? Ehm, Reaper Trafalgar! Okay, gucken wir mal nach dem Reaper! Na, wo noch am lieb? Ja! Da unten läuft grad einer lang! Wo? Ich seh da keiner unten! Ja! Ja, der kommt jetzt wahrscheinlich hoch! Wir haben mal Wubble Keks! Ja, das ist Wubble Keks! Nee, das ist nicht mein Target! Ich hab auch kein Messer dabei diesmal! Komm mal! Das sind jetzt zwei! Das sind bestimmt Traitor! Ja, genau! Das sind die da oben! Natürlich! Wer ist denn da oben? Wer fucken mich denn hier ab? Wer ist denn da jetzt? Ja, da ist einer runtergesprungen! Ich hab Niklas getötet! Das ist Doktor Snae! Also Snae ist da unten! Und wer ist jetzt Traitor? Ja, Snae und ich hab auf jeden Fall jetzt nen Molly abgekriegt! Das war Niklas! Ich hab Niklas getötet! Ja, wo ist denn die Leiche? Oben! Ja! Warum hast denn die nicht confirmed? Weil ich runterspringen musste erstmal, ja? Ja, dann... Okay, dann... Ja, ich bin auf dem Weg, aber vor mir sind auch schon Menschen! Okay! Confirm mal bitte! Habt ihr? Ja, ja! Sehr gut! Wer hat ihn getötet? Äh, Snae! Äh, Snae! Ich hab nen Molly abgekriegt! Snae, jetzt trau ich dir! Ey, da ist ja wann war... Achso, der ist durch die Tür zerclasht! Warte, guck dir die gleich hier an! Vielleicht sind da noch Prattles drin! Da ist ja bloß wann war! Gute Idee! Und wenn da welche drin sind, ich hab dich gecallt, dann... Geht mal alle irgendwie weg, Leute! Geht mal weg! Sonst... Einer mal hier ne Gerhardbombe und wir sind alle tot! Nicht alle hier hoch! Nicht alle hier hoch! Ich bin weggegangen! Die auch! Von euch dreien! Alle mal runter! Normalerweise ist es mein Post! Alle runter! Ich bin Detective! Ihr sollt alle runtergehen! Auch du! Okay! Wo ist er denn? Ich wurde... Das war super! Was soll ich machen, wenn man keine Waffe hat, ey! Ja, eben! Deswegen! Kauf dir ne Waffe! Au! Ne! Was glaubst du wer du bist, he? Ja! Letzte Runde! Letzte Runde! Wuuu! Fuck! Warum komm ich nicht aus dem Ziehmodus raus? Du hast Verärgung gesehen! Nein! Keine Opfer! Keine Opfer! Ich hatte die... die MP5 Navy da schön hingelegt, wo zwei Magazine drin waren, dann hatte ich die zweite, die dann den Lack ausleeren wollen! Ist ja noch preparing! Und dann nimmt mir die eine einfach weg! Ich glaub's auch gar nicht eigentlich! Ey! So ahhh! Ist ja nicht... Nicht zu gering sein! Wann war ich... ne Waffe? Ja, hier drinnen! Wann war! Inno! Darf man nicht so gierig sein! Schwelter! Ist die jetzt hin? Ja, Schwelter! Ist die jetzt hin? Ne! Nehmen wir doch grad noch ne Waffe! Wo ist die jetzt hin? Ich hab die eingesammelt! Wann war! Ja! Die haben meine Waffe! Ja! 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 Ist das gut oder kam das weg? Was steht denn da hinter mir? Der Detective! Möchtest du mich beleidigen? Haha! Hm? Vielleicht! Überleg dir gut was du sagst! Muss man antriepen! Nimm ne Kiste! Geht ja nicht! Warte! Hier oben liegt was! Kann bitte jemand den Reaper umbringen? Dann hat er keine Chance mehr neue Farmer-Punkte zu bekommen! Du willst nur seine wunderschöne Stimme hören! Obwohl die werden doch automatisch glaub ich irgendwie noch ein bisschen gesäubert nach jeder Ich weiß aber ich hab 992 und er 959 Habt mal einen an der Waffe! Nö! Oh! Kommt ihr könnt aber nicht so asozial! Komm! Creeper! Oder Rob! Creeper! Würde ich auch sagen! Huch! Kommt der Tag! Schließen! Ja, das funktioniert immer nicht so gut! Juhu! Jetzt kann ich wieder auf meinen Posten! Boah, die hattest du noch nie! Ach so, das sei ja so aus wie ein Messer gerade! Für einen Moment! Äh, ja ne Farmers! Ja, kannste! Musst du bloß am, ähm, am Bug des Schiffes! Ne, nicht Hamburg! Äh, am Heckmash! Ne Klaas! Am Vorder! Heil! Creeper! Hast du mich als Ziel? Nö! Hinter dir! Ne Klaas hat mich als Target! Eindeutig! Ich glaub Creeper nicht als Target! Ich werd ein bisschen panisch! Was?! Von traust du mir wirklich? Warum fliegt Vanva rum? Ach so! Tötet Vanva, wenn er... Ja, tötet ihn! Ja, tötet ihn! Äh, wir werden am Ende gehen! Nein! Wir werden am Ende gehen! Irgendwas müssen wir machen! Irgendjemand schießt da auf mich, während ich Vanva abschießen möchte! Das gefällt mir nicht! Das war, glaub ich, Niklas! Der kam unter dem... Wow! Da, Vanva! Weg da! Hab's geklappt! Verdammt! Weg da! Weg da! Weg da! Danke! Und... Habt ihr Niklas schon tot? Nein! Soll ich ihn umbringen? Ich dachte ja! Ach du, okay! Also ich dachte... Ich bin mir jetzt... Geh durch mich jetzt! Geh durch mich jetzt! Komm, Creeper! Wir reden! Nein, das soll ich mit dem nö! Er war innocent! Okay! Der Nächste! Also die Situation! Wir töten den Nächsten! Cyberbot? Ich trau Cyberbot nicht! Ich bin dafür, dass du Cyberbot tötest! Reeper viel Spaß beim Singen, ne? Es ist kalt halt, weil alle haben alle gekillt! Bis nur noch der Dete üblich ist! Äh... Niklas! Ich muss dich leider enttäuschen, weil ich habe den Traitor getötet! Da ist ein... Fafafafafafafafaflochi! Warum guten mir Cyberbot nicht zu trauen? Nein! Das ist kein guter Grund Cyberbot nicht zu trauen! Darf ich Cyberbot tüten, lieber Dete? Hey, da ist eine Navo! Bei Mr. Wanbar! Au! Nein! Ich hab's so gewusst! Bei Mr. Wanbar! Sind jetzt alle tot? Ich bin tot! Ich bin tot! Ach, ich bin tot! Ach, scheiße! Das ist nicht gut, du! Ach, das ist scheiße! Das ist jetzt Freeper-Metalle! Das ist nicht gut! Nein! Nö! Nö! Nein! Nö! Nicht gut, du! Gar nicht! Ich weiß doch wohl, der sitzt auch noch da oben! Steht mal auf zu campen! Ich camp! Ich weiß, du kommst gerade runter von der Leiter! Ich bringe dein Wasser! Wir sind jetzt erst, wenn wir ins Partyboot verziehen! Tschüss! Tschüss! Eine Schiffe, die ist super! Eine Schiffe, die ist prima! Tralalali! Tralala! Tralalo! Tschüss, Friendship! Tschüss, tschüss! Tschüss, tschüss! Oho! Oho! Kommt da eins raus! Und nicht da... Kommt du es meins auf da raus, Alter! Alter, das ist richtig dumm cool! Reepa! Reepa, willst du mal hier rüberkommen? So, Alter, hallo bitte! Hallo? Hallo? Oho! Könntest du? Bitte! Zeit, lass es dir schön! Ah! Schade! Schön! Sehr schade! Schade, schade! Tschau! Apo! Tschüss! Toll Apoli! Tschau! Reepa seh!